Oxy muss ein neues Raumspray gekauft haben. DBM Markus bist bestimmt angepisst weil wir ihm die Fotos nicht gebracht haben aber hab Pech gehabt interessiert mich nicht müssen hin sowieso mal ein paar Waffen fertigern umso wir bisschen platz haben Inventar und das kann wir aber auch hiermachen falls er angepisst ist miti Wo die Die, 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 ja, die. Ich will die Welt nicht in Brand setzen, das ist nicht so mein Ding. Wir haben hier so eine, das ist ja auch eine Pistole, ne, und das ist so eine kleine Maschinenpistole. Die haben wir vorhin aus dem Ding gezogen, da habe ich ein bisschen gezockt, das ist die, ja. Uh, die behalte ich. Die schmeiße ich mal weg, oder gebe ihnen die. Wir haben auch eine lila, eine Basuka, ne. 3, 8, was hat die? 2, 1. Ah, die ist lila. Egal, weg damit, benutzen wir eh nicht. Hm, ne, 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 oder was, die, die ich da gezogen habe? Oder die? Egal, wir verticken die auch mal, ich benutze die ja sowieso nicht. Hm, hm, hm. Die auch nicht. Die behalte ich mal, die werden wir mal ausprobieren. So, wir sollen dich was fragen. Ich wusste, ich hatte dich das letzte Mal von dieser Waffe gehört. Prima, Kanone, aber. Sie ist verflucht. Hab sie einem Banditen namens Horace weiterverkauft. Horace, finde Horace in the dust. Was haben wir hier jetzt so, Sachen ausgestattet. Machen wir das doch mal. Da, the dust. Machen wir uns da mal ein bisschen auf den Weg und kümmern uns um die nächste Nebenmission. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So. Wir sollen da hinten irgendwo hoch. Ach so. Vielleicht kommt man nicht lebend an, aber man kommt an. Das ist sehr nett. Ach, wir hätten die Illyrium-Teile abdrücken können. Haben wir so viele von. Okay. Hier ist dann also schon mal nicht richtig. Also nochmal ein bisschen weiter außen rumfahren, oder was? So. Ich glaube hier auch nicht. Tore schon leer, oder was? So. Ach, hier ist auch nicht richtig. Ach so, falscher Knopf. So. So. Sollen da hoch. Also von hier. Kommen wir richtig. Ja. Müssen wir mal andere Seite ausprobieren. Und jetzt mittlerweile auch schon Level 24. Weil wir bestimmt auch gestiegen sind, deswegen. Steigen die auch. Schön zu wissen. Ey. Oh, du, 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 du. Ziehen aber ganz schön viel ab. Müssen wir aufpassen. Hm, hm, hm. Hier kommen wir doch nicht da hoch. Ach, guck mal an. Da können wir doch tatsächlich weiter. Aber nur zu Fuß. Ja, hat sich das gelohnt. Das Spazierfahren. So. Hier, Spinne. Oh. Peter. Sehr rot. Tot. Sehr schön. Ja. Du kannst mich nicht stoppen. So. Du bist zum Kotzen. So. Stecken wir mal gut rein. So. Haben wir das auch. Ich hoffe, es ist nicht so weit. Ich hoffe, es kommen auch nicht so viele Viecher. So ein Krieger ist da, oder was? Bist du ein richtiges Krieger, oder was? Ein Krieger. So. Geh mal einfach mal mit. So. Abgeschüttelt. Was haben wir denn da oben? Was die Bane mit dir macht, das hat niemand verdient. Oh, okay. Scheint, hätte ich eine Hardcore-Waffe zu sein. So. Jetzt bin wir gar nicht mehr mit ausgerüstet. So, ich hab sie auch verkauft. So. Nur noch Raketenschüsse. Wir transportieren eine wertvolle Fracht für Papa Hodak. Und ich kann nicht noch mal ausrauben. Geht doch. Haben wir das. Und ja. Jetzt haben wir hier. Nehmen wir einfach mal mit. Scheint sehr stark zu sein. Besser als unsere jetzige, glaube ich. Die Viecher sind hier alle so hoch wie wir direkt. Ne. Kein Vorteil davon. Wird schon so viel. Das heißt viel, aber einiges haben wir schon gemacht. Gucken, was wir hier alles so haben. Ein bisschen Money, 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 Money. Sollen wir den nächsten Rekorder aufheben, oder was? Komm her, du scheiß Krieger. Oh, hier. Kommt immer alles. Es kommt mir alles. Oh, Königin. König. König. Das ist genau König. Ich hab was für dich. König, 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 König. König, 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 König. So, platt. Geht doch. Den nächsten Badass-Rang. Da müssen wir auch noch echt jede Menge Punkte wieder verteilen. Schon wieder fast vergessen. Wollten wir eigentlich ein Centurary machen, aber Ich hab das forgotten. So, verpimmelt. Verpimmelt. Was ist denn hier? Da hoch. Was haben wir hier unten? Das wird ja nicht nur eine sein, denke ich. So. So. No change, mein Ding, mein Gewehr hier. Unterbrich mich niemals. Ja. So, wenn wir da oben. Boah. Dicker. Ja, ja, ja. Jetzt geht's ab hier. Dicker. Oh, oh. Schild ist schon down. Ja. Da geht alle drauf. Ist super. So. Der ist nicht tot. Jetzt aber. Obis. Spider-Man-König. Hier. Oh. So. Ja, kleine Pimp da unten. Oh, ich kann eine Bogen für. Mensch, 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 Mensch. Ja, Spider-Man. Gebt mal drauf da. Hier. Frisst euch mal gegenseitig. Das ist sehr schön. Krieg ich Punkte für. Ich hab weniger am Sack. So. Was ist mit dir, mein Freund? Boah. Spider-Man-König, König, König, König. Komm, Fress. Wie. Wie, 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 wie. Weg hier. Erstmal. Boah, der schluckt und schluckt und schluckt. Was in ihm steckt. Der rote Nebel ist so nah. Ja. Ich glaube, er hat mich berührt im Nahkampf. Deswegen hat er dann diese Letztprobleme. Komm, 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 Schild, regenerier dich. Mach schon. Mach so'n scheiß Krieger hier am Sack. Dann kriegen sie auch Schaden. Kingen sie auch Schaden. Wenn sie uns berühren. Ich muss in deinem Blut, er ist sauf. Komm her. So. Reicht das? Das ist tatsächlich genug, meine Freunde. Waffen, da sind wir ja schon... ...leveltechnisch noch gar nicht bereit für. Ja, da haben wir 30 Schuss. Da unten haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt. Hier können wir uns ein Auto holen. Sehr schön. Wenn wir dann jetzt... Oh, nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Das war schon wieder zu tief. Dann müssen wir nicht hin. Und dann werden wir esちょっと steeringer dafür sein.